Auto schleudert in Wald. Ersthelfer rettet Fahrer aus brennendem Wrack. Auf der Staatsstraße 2240 zwischen Buch und Klebheim im Landkreis Erlangen-Höchstadt ereignete sich am späten Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines VW war von Buch kommend in Richtung Klebheim unterwegs, als er im Bereich eines Waldstücks aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei schleuderte das Fahrzeug in das Waldstück und kollidierte hier mit mehreren Bäumen. Der VW überschlug sich mehrmals, bis er schließlich in Seitenlage liegen blieb und sofort anfing zu brennen. Eine Person wurde vorgefunden, die durch einen Ersthelfer, der auch Verkehrsteilnehmer war, gerettet wurde. Der zügig an der Einsatzstelle eingetroffene Rettungsdienst hat den Patienten dann auch rasch versorgt. Der 39-Jährige kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017